Musik Guten Abend miteinander. Manchmal wird es fast ein bisschen geringschätzig oder sogar als minderwertig beurteilt, wie das Hackfleisch. Ist das eigentlich gerechtfertigt, Herr Graf? Ganz und gar nicht. Hackfleisch ist absolut vollwertiges Fleisch, das wir Gotmetzger nach strengen Qualitätskriterien beurteilen und kontrollieren. Unsere Qualitätsnorm schreibt zum Beispiel auch vor, dass ein gewisser Fettanteil nicht überschreiten werden darf. Etwas Fett braucht es aber, damit das Hackfleisch saftig bleibt. Und die verschiedenen Gerichte, die man damit machen kann, nicht trocken werden. Das Hackfleisch ist ja recht vielseitig und eignet sich für Sausen genauso gut wie für feine Füllungen oder Hackbifteck. Trotzdem, Herr Graf, ist ja das Hackfleisch gemessen an seiner Qualität besonders preiswert. Ja, das ist richtig. Und ausserdem haben Sie die Gelegenheit, dieses Wochenende gehacktes Rindfleisch bei GOP zum Aktionspreis einzukaufen. Also profitieren Sie von diesem vorteilhaften Angebot. Auch etwas Gutes aus Hackfleisch gibt es jetzt aus der Studioküche. Richtig. Und zwar mache ich heute eine Fleischkugel an einer rassigen Chilisauce. Für die Soße ein gehacktes Siebel und ein presster Knoblauch im Öl adämpfen. Mit Tomatensaft ablöschen. Mit Salz und Nägelpulver würzen. Mit ein bisschen Tabasco, Achtung! Und selbstverständlich Chilipulver. Diese Soße muss ungefähr 15 Minuten köcheln. Während dieser Zeit kann man die Fleischkugeln machen. Das Fleisch mit einem Ei, eingeweichtem Weissbrot, Salz und Oregano, selbstverständlich auch wieder Chilipulver, mischen. Zu Kugeln formen und diese in die Soße geben. Die müssen jetzt auch etwa 15 Minuten mitköcheln. Und dann kann man das rassige Gericht zum Beispiel zu Borlotti-Bohnen servieren. Sie wissen es ja, das Rezept steht in der Koop-Zeitung. Und jetzt beachten Sie bitte noch im Anschluss die Koop-Aktionen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Koop und bis heute Nacht. Musik Musik Musik